Der hat mal das Glück in Schau, gell? Ja. Gott. Ah, die zünden jeden an! What the fuck? Der passt ja auch in läuft total nett. Oh, der Leiter. Er zitzt, ich will selber. Er fordert Leute dazu auf, sich in den Tod zu stürzen. Das ist was ich als Dedication nenne. So ein Blockkopf. Du musst ja zu einem Fernseher hin, da ist Kopf oder sowas. Los! Oh Gott! Du liggst auf ihm! Bling bling! Oh, romantic! Bling bling! 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 Da sitzen... Da sitzen immer zwei Cops aufeinander und dann gleichzeit mit Kopfhüfen. Da sitzen verkehrt drauf auf ein Stuhl drauf. Und ich nehm immer in in-game-Chat-Lay. Wollen Sie weiter in Invercores haben? In-game-Sexual-Invercores? In einem Zeug. Im3r oder so- Oder so- Ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, eh-m-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Das ist ziemlich eine 차례 als zu tun. Ich kann Leute einfach so cool schaukeln. so die haben sie verschanzt in unserem in unserem oben um die lüge Schilder und nicht glauben dass die sie durchschauen sie oder der Schatz vor Ort und ich bin aus dem dem die lauter Probsen gesponnt und die Kämpfer zu erledigen die GmbH ja dort ist mir weg ab von Bonn und Ich hab noch einen Nade geschmissen, aber es hat nichts mehr gebraucht. Ja, der ist hier. Oli hier? Und da war bloß einer. Unser Shop brennt. Unser Shop brennt. Ich wurde... Ich wurde arrested dafür, dass ich... äh... Ich wurde arrested. Okay. Do you want candy? I wanna stick my dick into a big ball of pudding. Wenn man es einfach hört, ganz weit weg schreit irgendwie so ein Satz. Do you wanna have a Winchester or a double rifle shotgun? Gut, jetzt werde ich sicher gewartet oder gekickt. Genau. Es hat aber keiner gehört. Kilopools, Officer. Ich bin einfach für nix arrestet worden. Ja, der macht irgendwie random arrest da draußen. Gut, da ich am arrestet. Mal machen... Da ist ein Secret Service... Da ist ein Secret Service Mensch mit einem anderen Arrest Spaten Zeug. Soll ich weggehen oder hingehen? Soll ich mich umbringen lassen? Ja, ich lass mich umbringen. Ich nehme dir. Aber ich habe das nicht... Hallo, ich habe das nicht zu tun. Ich habe da... Geil. Ich bin schon da. Das war so gut. Das ist so gut. Das ist sehr hilfreich. Pole Dance, yes. Lol, der dringet gerade richtig die Post ab, Junge. Yes. Chased children a lot. Oh, this is very, very good. You're turning me on. That ass. I like it. Glaubt ihr, dass es realistisch genug, dass es auch ab und zu explodiert? Was? Math machen. Naja, ab und. Gut. Ah, das ist perfekt für solche Maths. So, das ist richtig. Da merkt man RTL nach 14 Uhr schon. Das stimmt. Aber das ist perfekt dafür. So, wir haben sogar ein... Moment, ich muss... Sogar ein Backyard. Oh, Lukas. Fenster davon blocken oder ein Wiesbeblocken. Mhm. Ja, schon, bitte mach's den wieder so creepy. Nein, das muss man ganz normal. Ja, weil ich direkt so auf. Stimmig. Wir haben sogar ein Backyard, ja genau. Ja. Liam Leopard has received the packages. Ich muss ein Auto-Deal. Ich hab nur noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus, ja. Ah, da ist da unsere Glasplatten drauf. Da ist Schock-Collision drauf, oder? Sabri? Ja, ja. Okay. Oder? Was? Das wär komisch. Warum? Weil die Schatz aus ist kein Produkt schranken. Warte kurz, ich teste's jetzt. Nice. Ähm, wie bauen wir Marihuana an? Ähm, ich hab das keine... Als Drug-Dealer kannst du Pflanzen machen. Was, als, als? Als Drug-Dealer kannst du Pflanzen machen. Du machst eigentlich nur Meth. Und du kannst auch Meth quasi an... Warteet mich hoch, Lukas. Das geht nimmer. Vorher ist Grogange, jetzt geht's nimmer. Weil die werden so ghosty. Ach, ich fall da durch. Genau. Ja, jetzt, ich try's nimmer. Achtung, Policeman kommt, gell. Was? Was? Weißt du schon? Weißt du, ist weg, oder wie? Ich glaub schon, ich hab ihn grad nimmer g'seng. Wie heißt du? Oh lol, da kam er auf, da oben. Gregorin war jetzt... Von Larimirovichs. Na, da ist Kulissen drauf, Bastian. Na, du, Lukas, nicht, du hast, äh... Haha, ich hab Stückstoffgekühltes Internet. So, zum Sam, ja. Klebstoffgekühltes Internet. Klebstoffgekühltes, ja. Stickstoff. Mit nem Supraleiter, oder wie? Nein, nein, du weißt doch nicht so. Bump the Builder. Nein, du weißt doch nicht so. Nein, du weißt doch nicht so. Nein, du weißt doch nicht so. Was mit meinem Weiß, du bist. Das ist ja alles Monsterreiz. Ja, schon, das ist ja. Haha, featuring Bob the Builder. Danke, jetzt, jetzt hab ich die Timo und sich von Bauer... Von Bauer sucht Frau, ja, mhm, genau. Nein! Irgendwas brennt da. Kann man da? Da brennt was. Das macht bei mir Brenn-Sounds. Dreh deinen Pott mal ein bisschen anders hin den Roten. Dass der ein bisschen weiter nach hinten schaut. Ja, besser. Heute sei hier die Waffen. Heute sei hier die Waffen bereit. Ja. Ja, Waffen sind bereit. War Ort sicher. Ja. Ich schau mal draußen. Es sind vier Leute. Mhm. Aber keine Polizisten, lauter Thieves und so Zeugs, glaube ich. Ja, das ist nicht gut. Polizisten war besser. An der Uniform. Da kann man aber durchschießen, gell. LOL. Woher weißt du das? Was? Der, der hat den anderen grad erklärt, was passiert, wenn man da rein geht. Wohin wir da gehen muss. Vorsicht. Ich komm mit runter. Was passiert? Was passiert? Vorsicht! LOL. LOL. Ich bin lowlife. 31 hab ich noch. LOL. Die haben sich grad selber killt. Perfekt. Wow. Nein, einer ist nicht. LOL. Ich bin tot. Ähm. Lukas, kümmer dich oben. Das Ding, gell? Aber momentan ist alles im Rahmen. Die sahen Oliwig, glaube ich. Die sahen Oliwig. Ich glaube es waren vier. Du kannst ja rausgucken. Warte. Ich schau, wenn ich jetzt gleich die spawne. Ne, also das Tor ist wieder zu. Draußen steht keiner mehr. Das habe ich zur Ohren. Mhm. Passt nicht. Ähm. Der Mann ist schwarzer. 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 Da hinten raucht es aber ohne. In der Ecke. Ja, der Brenter, der Brenter Schrank. Der Mann ist weg. Okay, dann baue ich den Schrank ab, oder? Sind das diese Spinde? Diese Spinde. Ja, jetzt brennen sie nicht mehr. Well, I was almost robbed. So, I guess. Jetzt sollte ein Spind weg sein, oder? Ja. Lukas. Ja, ja. Jetzt der zweite. Was ist denn Oli? Vorne das Tor ist offen. Das Tor ist offen. Der Polizist kommt jetzt rein. Der kommt rein. So, ihr den schießen? I think I... I watched it like season 2. It's a really good series. But somehow I got kinda fizzy. So, ihr schießen? Weiß ich's nicht. But I'll watch it. So, ihr schießen? He's pretty badass. Ja, dann haben wir die ganze Zeit die Cops am Arsch. Oh, shit. Hm? Esi. Oh, god. Oh, god. Jetzt wird's lustig. Nicht? Okay. Ich behalte's im Auge. Ich lege ihn gerade hin. Der hat auch noch die Stücke von hier. Nein! Äh, jup. Jetzt... Oh. Ich hab dich... Ah, der stand... Der stand direkt vor dir. Ja. Wie weit ist es schon? Na, halb 36. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist, was ich hier gerade mache. Kann das auch explodieren irgendwann? Weiß ich gar nicht. Sieht nicht so aus, ne? Vielleicht random oder so. Alter, wie das bei dir aussieht. Jo. Komm mal hoch. Boah, das ist ja wie wenn ich mir einen runterhole. Dankeschön. Du kriegst die beste Pistole einfach. Und die schau rein. Mhm. So probieren's. Du senkst die Fall gleich, gell? Und da kann man gut durchschießen. Ja. Ist da jemand drin? Draußen ist keiner. Das heißt, die müssen drin sein. Ich hör's aber. Ich hör's aber. Ich hör's aber. Oder sind die woanders? Also draußen ist keiner. Mhm. Na ja. Dann sind's wieder weg. Lukas, der mal draußen schnell die ganzen Sachen weg hat, oder? Wieso? Das bringt doch nix. Die wissen ja, dass wir mit da wohnen. Ja schon, aber dann ist es wenigstens immer für jeden, der da herläuft, so auffällig. Und das merkt man sofort. Wenn die Tieren verkauft sind, dann weiß man's ja auch. Oh, gut. Können wir schon morgen. Ja. Ah, scheiße. Oh, einer ist dort. Gut. Wir dürfen die... Noch eine machen. Wir dürfen die zönig noch zu machen. Wir dürfen die zönig noch zu machen. Also einer steht noch zu halb im Garagentor. Mhm. Ah, den hauen wir ja. Jetzt läuft der wieder raus. Wenn er jetzt das Tor zumacht, der zweite ist auch draußen. Gut. Und der steht noch halb drin im Tor. Aber er hat ne... Schnell wegjahrt. Wenn er eine Bombe hat. Wegjahrt. Also momentan stehen sie alle noch schön brav davor. Das heißt, ich glaub nicht... Jetzt der eine ist vorne bei den Türen. Ja. Ja. Bombe, Bombe, zurück. Ja, die gehen auch weg. Ja. Die kann er uns eigentlich nix. Ja, wissen wir noch nicht. Soll ich mal auf Dings wechseln? Auf, auf, auf Light Armour bei? Ja, kannst du machen, wenn es möchtest. Du darfst ja den selbst supplyen. Vorsicht. Ja, das würde ich schon machen, ne? Wir sind behind the space. I'm so sure. Ja. Die, 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 die... Also einer steht draußen. Ist der auf? Der ist auf, ja. Nicht, äh... Nicht schließen, nicht schließen, nicht schließen. Nicht schließen. Nicht schließen. Es ist abused. Die weinen rum. Die haben... Die haben's beim Ja abused. Also... Man... Man... Man hört einfach so extrem, dass jemand gekauft hat. Ja, das stimmt. In der Kopfschwetter draußen. Also... Ich weiß nicht. Also einer läuft gut umeinander, aber der ist weitergelaufen. Aha. Ja. Es droppt. Okay. Jetzt können wir da... Ach so. Schaut auch gut aus. 10 Dollar in der Sekunde. Ja. Krass. Das ist gut. Ja, ich hab das schon ein bisschen aufgestockt, ne? Mhm. Ah, da kommen Upgrade. Ja. Oh, das ist cool. Ja, das ist so cool. Und... Die nächste Love on Meth geht außer Haus. Du musst den von außen. Du warte einfach mal. Ja, ich warte mal. Es gibt vielleicht ein wenig Support. Ja. Und da gibt's ein Raid Assist. Scheiße. Das Raid Assist. Das andere... Ja, die machen mit. Genau. Das eine andere Gruppe sich... sich anschließt. Oh, das ist dann saufei. Lol. Momentan hat's zu viel Leid. Moment. Ich bereib mir schon mal vor. So. Sagt mir immer Statusberichte. Ja, immer noch vier Leute. Die machen grad so Exploring rund um. Karma, Sack, gerade irgendwas. Oida.